Hi und herzlich willkommen zu einer, wie ich finde ehrlich gesagt, richtig krassen Aufgabe zu LN-Funktionen. Ich bin Magda und diese Aufgabe hier habe ich geschickt bekommen vom Felix. Also danke erstmal für diese coole Aufgabe. Ehrlich gesagt bin ich am Anfang ein bisschen dran verzweifelt, aber am Ende habe ich die Lösung gefunden. Und deswegen muss ich auch sagen, Respekt, dass ihr das in Mathe LK macht, weil ich habe sowas an der Uni gelernt und musste erstmal ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen, um wieder rauszuholen, wie das funktioniert. Gucken wir uns die Aufgabe an. Wir kriegen eine LN-Funktion, die im Produkt steht, hier mit einer Wurtelfunktion. Und dann wird uns gesagt, dass die nur einen einzigen Extrempunkt hat, nämlich den Tiefpunkt T. Der ist hier an der Stelle. Und wir sollen jetzt daraus folgern, dass die Funktion G von X, die eine ganz andere ist, X mal LNX, dass die für X geht gegen 0, auch gegen 0 läuft. Und ich habe mir das angeguckt und ich dachte so, wie krass ist das? Die Funktion F und die Funktion G, okay, die sind ein bisschen ähnlich, aber wie kann ich aus dem Tiefpunkt von F etwas über den Limes von G folgern? Und wie gesagt, ich habe eine Weile gebraucht, aber ich habe es herausgefunden und darum zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Die andere Aufgabe drunter ist so ähnlich, die gucken wir uns danach an. Aber erstmal die erste. Hier habe ich nur nochmal hingeschrieben, was gegeben ist, dass wir nämlich über diese Funktion F wissen, wo sie ihren einzigen Tiefpunkt und einzigen Extrempunkt hat. Und dass wir zeigen sollen, ein bisschen anders formuliert, dass der Limes von diesem Ding, X, LNX, 0 ist. Der Ansatz, den man haben muss, also diese Idee ist, dass wir zeigen, der Limes X geht gegen 0 von X LNX ist beschränkt nach oben durch 0 und wir zeigen, dass der außerdem auch nach unten durch 0 beschränkt ist. Weil wenn ihr wisst, etwas ist größer gleich 0 und außerdem kleiner gleich 0, dann kann das nur der Fall sein, wenn es schon genau 0 ist. Sonst kann man nicht gleichzeitig größer gleich und kleiner gleich 0 sein. Man muss dann schon genau 0 sein. Und wie wir das machen, ist jetzt super clever. Wir sagen nämlich erstmal, naja, wenn diese Funktion F nur einen einzigen Tiefpunkt hat, keinen Hochpunkt, einen einzigen Extrempunkt und das ist ein Tiefpunkt, dann muss das auch ihre tiefste Stelle überhaupt sein. Das heißt, ich kann sagen, weil F keine Hochpunkte, sondern nur einen Tiefpunkt hat, muss der Tiefpunkt schon der tiefste Punkt der Funktion sein und das heißt, dass F von X auf jeden Fall größer gleich dem Y-Wert von dem Tiefpunkt ist, also auf jeden Fall größer gleich minus 2 durch E sein muss und zwar für alle X aus dem Definitionsbereich von F und der Definitionsbereich von F sind alle reellen Zahlen, die größer als 0 sind, weil ihr wisst ja, in den Logarithmus, also LN, Log und so weiter, darf man nur positive Sachen einsetzen. So, das wissen wir jetzt schon mal, ja? Und damit können wir jetzt super clever diesen Limes abschätzen, weil wir können jetzt sagen, der Limes X geht gegen 0 von diesem G von X, was uns gegeben war, das ist ja also der Limes X geht gegen 0 von X mal LN von X und unsere Funktion F, die sah ja super ähnlich aus, ne? Die war ja Wurzel X LNX. Und um die jetzt zusammenzubringen, kann ich sagen, naja, X könnte ich ja auch schreiben, wenn ich es umständlich machen will, als Wurzel X zum Quadrat LNX, ne? Weil ihr wisst ja, Wurzel und Quadrat, das hebt sich gegenseitig weg und so weiter. Das heißt, ich könnte das hier auch in diese Funktion F irgendwie mit reinbringen und sagen, Wurzel X mal Wurzel X, das ist ja das Quadrat, ne? LN von X, wenn ich es so schreibe, dann ist das hier mein F von X, ja? Das heißt, ich könnte auch schreiben, das ist Limes X geht gegen 0 Wurzel X mal F von X. Und über F von X weiß ich jetzt aber, dass es immer mindestens minus 2 durch E sein muss, ja? Das heißt, ich kann das Ding hier jetzt abschätzen nach unten und sagen, naja, wenn ich da F von X mit drin habe, dann weiß ich, ne? Weil dieses Wurzel X, das ist positiv. Das heißt, das weiß ich jetzt, es muss hier auf jeden Fall höchstens so klein sein, wie wenn ich es mit minus 2 durch E multipliziere, weil ich nämlich das F eben durch dieses minus 2 durch E nach unten beschränken kann. Ja, und was wissen wir über Wurzel X? Wir wissen, Wurzel X geht gegen 0, wenn ich den Limes gegen 0 laufen lasse, ne? Das heißt, das hier wäre 0. Und damit kann ich jetzt sagen, okay, wenn dieses Wurzel X-Ding gegen 0 geht, für X geht gegen 0, dann steht da im Endeffekt 0 mal minus 2 durch E. Und das könnte ich jetzt sogar mit einem Gleichheitszeichen abschätzen. Das ist also dasselbe wie 0 mal minus 2 durch E und das ist 0, okay? Ich habe jetzt also angefangen bei diesem Limes, von dem ich zeigen will, dass der gleich 0 ist. Und dann habe ich jetzt erstmal abgeschätzt, bla bla bla, gleich, 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 dass der kleiner gleich dem ist und das ist gleich 0. Und dieses Ding hier ist halt damit eingeflossen, das heißt, ich weiß jetzt schon mal, ich kann also sagen, also ist dieser Limes X geht gegen 0 von X, ln X, auf jeden Fall größer gleich 0. Und wenn ich jetzt noch zeigen kann, dass er auch kleiner gleich 0 ist, dann weiß ich automatisch, dass er genau 0 sein muss. Warum ist der aber auf jeden Fall auch kleiner gleich 0? Naja, wir wissen, für 0 kleiner X kleiner gleich 1 ist ln von X auf jeden Fall kleiner gleich 0. Könnt ihr im Taschenrechner auch ausprobieren. Und außerdem wissen wir, wenn X zwischen 0 und 1 liegt, dann ist X auf jeden Fall positiv. Daraus folgt aber, dass, wenn ich hier hinschreibe, Limes X geht gegen 0, X mal ln von X, das auf jeden Fall kleiner gleich 0 ist, weil ich dann hier quasi was Positives habe und hier habe ich was, das kleiner gleich 0 ist. Und wenn ich die miteinander multipliziere, dann ist es auf jeden Fall insgesamt auch kleiner gleich 0. Jetzt habe ich gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich habe gezeigt, dass der Limes von diesem Ding größer gleich 0 ist. Dafür habe ich diese Sache mit dem Tiefpunkt benutzt. Und ich habe außerdem gezeigt, dass der Limes von dem X kleiner gleich 0 ist. Und insgesamt folgt halt aus kleiner gleich 0 und größer gleich 0 direkt, dass es gleich 0 ist. Und genau das war es ja, was wir beweisen wollten. Deswegen können wir da so ein schickes kleines Kästchen drunter machen. Und das sagt, finish, an der Stelle habe ich gezeigt, was ich zeigen wollte und bin fertig mit dem wirklich nicht ganz einfachen Beweis. Wir haben das in der Uni immer Sandwich-Lämmer genannt, weil man quasi das, was man als 0 zeigen will, zweimal zwischen der 0 einklemmt, einmal von oben und einmal von unten. Und dann weiß man, dass es halt genau 0 sein muss. Ja, und jetzt gucken wir uns noch die zweite davon an. Die geht ganz genau so. Da haben wir jetzt nur ein bisschen andere Funktionen. Die Funktion f, die ist 1 durch Wurzel X, LNX und die Funktion g. Ihr seht schon, die hängen in ähnlicher Art und Weise zusammen wie die Funktion f und g von eben. Und wir wissen dieses Mal, dass die Funktion f einen einzigen Extrempunkt, aber halt jetzt einen Hochpunkt hat an einer gewissen Stelle. Und daraus sollen wir folgern, dass diese andere Funktion für x geht gegen unendlich, gegen 0 läuft. Ich schreibe mir also auf, gegeben ist die Funktion f von x. Und dass sie ihren einzigen Extrempunkt eben an diesem Hochpunkt hat. Und zu zeigen ist, dass der Limes, wenn x gegen unendlich läuft, von LNX durch x eben 0 ist. Die Idee ist wieder genau die gleiche wie vorhin auch. Wir zeigen, dass der Limes von diesem Ding auf jeden Fall kleiner gleich 0 ist. Und dass er außerdem größer gleich 0 ist. Weil wenn wir das gezeigt haben, dann folgt sofort, dass der Limes von diesem Ding eben gleich 0 ist. Weil größer gleich 0 und kleiner gleich 0 kann man nur sein, wenn man genau 0 ist. Wie machen wir das jetzt? Wir fangen dieses Mal an mit dem Abschätzen nach oben. Und dafür gucken wir uns erstmal diese Funktion f von x an. Wenn die ihren einzigen Extrempunkt als Hochpunkt hat, ja, dann kann die nirgendwo höher liegen als bei diesem Hochpunkt. Wir sagen also erstmal, dass wir wissen, dass f von x auf jeden Fall kleiner gleich 2 durch e ist. Für alle x aus dem Definitionsbereich von f. Und der ist, Achtung, weil wir wieder den LN damit dabei haben, alle Zahlen, die größer als 0 sind. Ich darf nur Sachen, die größer als 0 sind, in diese Funktion einsetzen. Also wir wissen, die Funktion f von x, und das ist ja eben dieses 1 durch Wurzel x mal ln x, das ist auf jeden Fall kleiner gleich 2 durch e. Und mit dieser Idee können wir jetzt den Limes tatsächlich nach oben abschätzen. Weil wir können sagen, der Limes von x geht gegen unendlich, ln von x durch x. Den könnte ich ja auch schreiben, als Limes x geht gegen unendlich von 1 durch x mal ln x. Die Idee muss man erstmal haben, weil dann sieht man, dass man 1 durch x ja auch schreiben könnte als, Achtung, das ist jetzt ein richtig trickier Trick, 1 durch Wurzel x Quadrat ln x. Und dann sehe ich, okay, dann habe ich hier ja quasi Limes x geht gegen unendlich, 1 durch Wurzel x mal 1 durch Wurzel x, wenn ich das Quadrat umschreibe, mal ln x. Und da seht ihr hoffentlich alle schon, dass das, was ich da jetzt reingebracht habe, genau der Funktion f entspricht. Das heißt, ich kann jetzt wieder sagen, naja, das hier ist die Funktion f und die, haben wir gesagt, ist auf jeden Fall überall kleiner oder gleich 2 durch e. Ich kann also sagen, weil das Ding hier positiv ist, dass dann mein Limes x geht gegen unendlich auch beschränkt ist nach oben durch 1 durch Wurzel x mal 2 durch e. 2 durch e, wissen wir aber, ist eine konstante Zahl. Und was passiert mit 1 durch Wurzel x, wenn x gegen unendlich geht? Dann wird der Nenner immer größer und dann teile ich am Ende 1 durch eine riesengroße Zahl, weil das Wurzel x, das geht dann gegen unendlich, 1 durch unendlich geht aber gegen 0. Und das heißt, dass hier dieser Limes am Ende 0 mal 2 durch e ist, also 0. Was habe ich also geschafft? Ich habe den Limes genommen, der ist gleich diesem, gleich diesem, gleich diesem, bla 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 und am Ende ist er kleiner gleich 0. Und das bedeutet, ich habe schon mal gezeigt, okay, dass der Limes x geht gegen unendlich von diesem ln x durch x auf jeden Fall kleiner gleich 0 ist. Jetzt muss ich noch zeigen, dass er auch größer gleich 0 ist und dann bin ich fertig, weil dann weiß ich, dass er gleich 0 sein muss. Wie zeige ich jetzt aber, dass er auf jeden Fall auch größer gleich 0 ist? Na ja, da überlege ich mir, was für große x passiert. Und große x sind in diesem Fall einfach x, die mindestens 1 sind. Dann weiß ich nämlich, wenn ich was einsetze in ln x, dass das auf jeden Fall immer positiv ist, wenn es größer ist als 1. Das heißt, ich weiß, für x größer gleich 1 ist ln x auf jeden Fall größer gleich 0. Und x ist sowieso größer gleich 0, nämlich sogar größer gleich 1. Könnte ich sogar auch sagen, größer gleich 1. Und daher ist eben ln von x durch x auf jeden Fall positiv, weil das hier ist dann größer gleich 0. Das ist größer gleich 1 und damit ist das Ganze größer gleich 0. Also ist aber auch der Limes für x geht gegen unendlich von diesem ganzen Ding größer gleich 0. Und damit habe ich jetzt gezeigt, dass der Limes sowohl kleiner gleich 0 als auch größer gleich 0 ist. So kann ich das schreiben, größer gleich 0 und kleiner gleich 0. Und damit ist er auf jeden Fall direkt gleich 0, weil ich habe keine Chance, größer gleich 0 und kleiner gleich 0 gleichzeitig zu sein, wenn ich nicht 0 wäre. Und damit hätten wir auch hier einen schönen Beweis fertig. Können dieses elegante Kästchen drunter machen und die Aufgabe ist gelöst. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich weiß, dass ihr morgen die Klausur schreibt über Logarithmen, Felix. Ich drücke euch die Daumen. Falls euch noch irgendwelche Fragen kommen, last minute, schreibt mir. Ich freue mich, wenn ich euch noch helfen kann. Und ja, das wird schon morgen. Keine Sorge, ihr kriegt das hin. Ich freue mich, wenn ihr Bock habt, noch ein Video anzugucken zu Klausuraufgaben. Zum Beispiel dieses hier. Da geht es um Projektion in der Vektorrechnung. Anderes Thema, aber auch mega klausurrelevant. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich immer den Kanal abonnieren. Da freue ich mich sehr. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.